Hi, eine kurze Info vor dieser Folge. Nicht nur, dass hier wieder der Ton asynchron mit meiner Lippenbewegung ist, mit dem Spiel allerdings wieder alles in Ordnung, so wie in den letzten drei Folgen auch schon, ist mir hier auch noch was anderes passiert. Ich habe vergessen, das Mikrofon am Anfang die ersten 5-6 Minuten einzuschalten. Na toll, ich bin Profi. Deswegen werde ich versuchen, am Anfang ein bisschen nachzuvertonen. Nach ungefähr 6-7 Minuten ist dann aber alles wieder in Ordnung. Jetzt viel Spaß mit Alice Madness Returns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu Let's Play Alice Madness Returns in einer neuen Folge, wo der Spieler leider vergessen hat, sein Mikrofon einzuschalten. Dieser Vollidiot. Allerdings nur für die ersten paar Minuten. Und deswegen bin ich hier als Aufsprecher eingestellt worden, der jetzt versucht, das auszugleichen. So, ich glaube der Spieler möchte uns, da rechts oben im Bild zu sehen, aber leider stumm, möchte uns signalisieren, dass er hier Hilf mir das Plakat wieder zusammenzusetzen. Genau, die letzte Kiste für das Puzzle gefunden hat. Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Nun, nachdem uns die Auster freundlich gefragt hat, wie dieses Puzzle funktioniert, versuchen wir das selbst rauszufinden. Tja, der Spieler versucht hier erstmal sich einen Überblick zu verschaffen über die Puzzleteile, kommt dann aber drauf, dass die Facecam wieder mal stört. Deswegen springt er aus dem Programm und bedient das Programm OBS und verschiebt die Facecam ein bisschen nach unten. Nachdem er das geschafft hat, ja, es ist sehr anstrengend sowas zu tun, widmet sich der Spieler wieder dem Puzzle. Da geht er mal kurz ins Menü, weil er nicht weiß, was er tut und dann versucht er sich nochmal einen Überblick über dieses tolle Totenkanz-Puzzle zu verschaffen. Ja, er hat nur 24 Züge dafür Zeit, beziehungsweise er hat nur 24 Versuche, da irgendwas herumzuschieben. Es dauert aber sehr lange, bis der Spieler mal überhaupt einen dieser Blöcke verschiebt, weil er sehr, sehr konzentriert darauf ist, keinen Fehler zu machen. Wie wir alle wissen, Totentanz ist die Aufführung des Zimmermanns, für die wir einige Sachen besorgen müssen. Unter anderem diese tollen Austern, die gerade gesprochen haben und für diese Austern müssen wir gerade dieses Puzzle lösen. Nun, der Spieler ist sich jetzt absolut unsicher, ob er auf dem richtigen Weg ist, aber es scheint gar nicht so schlecht zu sein, denn wie wir sehen, ist das obere Teil, die oberen sechs Blöcke sind schon richtig gesetzt, aber der letzte Block, dieser letzte Block, er ist sich nicht sicher, welchen Block er verschieben muss, aber dann hat er es tatsächlich geschafft. Nun, die Auster redet von frenetisch und der Spieler belegt, weil er den Ausdruck frenetisch nicht kennt, ob er schnell auf Wikipedia nachschauen soll. Nachdem er kurz loslaufen wollte, kommt er drauf und entscheidet sich dafür, dass er doch nachschaut. Und weil er leider stumm ist, muss ich den Part übernehmen, was frenetisch eigentlich bedeutet. Nun, der Spieler sucht noch ein bisschen auf Wikipedia, ich habe natürlich das schon zurechtgelegt. Das Adjektiv frenetisch bedeutet rasend, irrsinnig, leidenschaftlich. Es bezieht sich in der Regel auf Ausbrüche der Begeisterung, etwa Jubel oder Applaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei mir können Sie etwas lernen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt während dieser Zwischensequenz, die gleich kommen wird, auf die Facecam des Spielers, die er vergessen hat, sein Mikrofon anzustellen, schauen, dann werden Sie womöglich am Gesichtsausdruck erkennen, wann der Spieler draufkommt, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist. Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht, Drecksarbeit, Wahnsinn. Die Show wird die Massen amythisieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und, äh, und, und, Gemüse und das Königshaus und, 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 ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Walros. Du jammerst wieder über zu viel Sand am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Tja. Jetzt bin ich gerade draufgekommen, dass mein Mikrofon stumm geschaltet war. Ja. Aber das ist wohl das geringste Problem. Ertrunkener Seemann. Ist das der mit den Bomben? Oder ist das wieder ein anderer? Schaut so wenig aus. In dem müssen wir jetzt kämpfen. Ah ja, Bombe. Haben wir schon Erfahrung mit dem. Gut, müssen wir wieder auf Distanz gehen. Ah ja. Können wir denn mit dem... Ah, haha. Ah, okay. Sonst noch Wünsche, Herr Seemann. Achso. Er ist doch nicht so einfach wie sein Vorgänger. Obwohl, schlau ist er auch nicht gerade. Aber er hält viel aus. Er steckt sehr, sehr viel ein. Kann ich den rausholen mit der... Warte mal. Steckenpferd. Schreckenssteckenpferd. Und... Warpalklinge. Nun, das war's. Der Herr Seemann. Seemann. Schmeine Schnatze höre ich da. Und wir sind am Friedhof. Unter Wasser wohlgemerkt. Wer immer da... Leute bestattet. Unter Wasser. Die Schweineschnauze. Okay. Jetzt wird's ganz creepy. Geht's da jetzt so weiter? Oder ist das nur ein Secret? Das ist die Frage. Wenn ich da jetzt nicht reingehe, da vergesse ich das. Hm. Ah ja, ist ein Secret, weil wir haben eine Erinnerung aus dem... Aus der Psychiatrie. Haustiere sind Freunde und unser Geheimnis selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da. Nicht wahr? Deiner? Die Kaninchen? Brauch? Aha. Oh, jetzt hat sich der Timer zurückgestellt. Das ist nicht gut. Gut, egal. Was auch immer der jetzt damit meint. Haustiere sind Freunde. Auch dein Kaninchen. Das ist auch so ein Rätsel, das ich nicht verstehe. Was hat das mit dem Kaninchen von Alice auf sich? Das ist das Haustier. Also Haustier, ein Stofftier. Soweit ich mich erinnern kann, hat sie das Kaninchen gefolgt. Also ist sie dem Kaninchen gefolgt und dann ist das mit dem Wunderland erst passiert, quasi. Naja. So, was ist da? Wieder so ein Seemann? Nein, das ist... Wer ist das? Hä? Was zur Hölle soll das sein? Okay. Nichts, was man so aufschießen... Äh, aufmachen... Achso, da drüben. Das... Weil dieser blöde Pfeil auch genau da her zeigt, oder? Dieser Trümmer oder was das sein soll, oder? Aber ich glaube, dass es das hier gemeint... Dieser Raum... Ich hoffe es zumindest... Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt sind. Sind wir dahergeworfen worden? Jetzt haben wir diesen Kampf gehabt mit diesen komischen Typen, der nicht besonders schwer war. Ja, toll. Jetzt ist der Zimmermann weg. Lassen Sie mich alleine. Fehlt... noch das Publikum, ne? Wenn ich mich nicht recht täusche. als Aufgabe. Oder? Ich kann mich jetzt überhaupt nicht mehr orientieren. Ich weiß gar nicht, war das jetzt der Anfang? Bin wir da schon gewesen? Oder wo muss ich überhaupt hin? Einzige, wenn ich das Schlüsselloch finde, dann wüsste ich, dass ich am Anfang wieder bin. Ich hasse das. Wenn man irgendwo reingeworfen wird, Ah ja, okay. Das ist klar. Da sind wir hergekommen. Da waren wir noch nicht in diese Richtung. Da ist auch irgendwas mit Kampf und Truhen. Kann man sich die Truhen dann aufheben? Also Abgrund, ne? Abgrund tief. Fischskelett. Da wären eh keine Rosen drin, sondern. Nein. Gut. Schauen wir mal, was da für ein Gegner ist. Da kommt wahrscheinlich einer raus. Lass dich überraschen. Ah, wieder der gleiche. Hier, meine Klinge. Ist das ein Snark oder ist das der gleiche? Oh, da kommt ein Snark. Der hat sich in einen Snark verwandelt. Überwechslung, bitte. Nein. Metzl mit der Wappelklinge. Schreckt sich noch einer, ha? Hat sich da Seemann? Das kommt auf dich drauf an. Bitte, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Hä? Ja. Bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen, was der will von mir? Da geht's weiter. Da auch? Nein. Ist das so komisch verwinkelt alles? Ich weiß nicht, wo ich überhaupt hin soll, aber da sind Truhen. Die sind wichtig. Haben wir schon wieder 210, obwohl wir gerade ein Upgrade gemacht haben. Gut. Ich glaube, da haben wir alles. Aber da steht auch, da geht's Walross und Zimmermann. Aber da ist zu. Also da müssen wir erst weitergehen, damit wir da hinkommen. Ich merke schon, wie meine Stimme ein bisschen heißer wird. Das bedeutet, ich muss jetzt bald eine Aufnahmepause machen. So, das ist Gemetzel wieder anscheinend. Ohje, das heißt, da kommen mehrere Gegner aus diesen Kruften raus. Oder ich muss da rein. Man fühlt sich da ein bisschen unwohl, da rein zu gehen. Aber da sind Truhen, die sind mal wichtig. Gerade Goldzähne, hm? Gut, dann gehen wir mal rein. Oh, eine Schleuse. Am Rande des Wahnsinns kann Alice in Hysterie verfallen, ja? Okay. Ein Wunderland im Wunderland. Oder was auch immer das jetzt sein soll. Ein Geist. Wieder dasselbe. Ich muss gleich verschwinden. Was ist das? Autsch. Das sind diese Seelen, ne? Was er gesprochen hat. Die wir einfangen müssen oder befreien müssen. Na, können wir die mit einem Steckpferd? Wo sind die Bomben, Freundchen? Ja, auf das habe ich gewartet. Ja, auf das habe ich gewartet. Wo steckst du dich, ne? War's das schon? Tja. Oh, das war's noch nicht. das war's noch nicht. Ghostbusters. Muss ich die jetzt einfangen? Dieser Heize, Kehrhai da oben, dieser Holzbretthai, der ist mir nicht sehr wie heuer. Was ist mit der Seeleute? Kann ich so nicht einfangen. Aber ich kann nur erleuchtet mir den Weg zumindest. Ich hoffe, dass der Hai mich in Ruhe lässt. Ich habe das Gefühl, dass man noch gegen diese Haie kämpfen werden muss. Ja, bitte gerne. Dann geht es zum nächsten Groove, nehme mich an. Genau, genau so, braves Mädchen. Schon wieder Kisten. Ja, na toll. War ja klar, dass jetzt nichts mehr drin ist. Kisten spawnen zwar neu, aber der Inhalt bleibt leer. Na, toll. 252,10. Gut, schauen wir sich den nächsten an. Was kann das wohl sein? Wieder dasselbe, hm? Sollte ich die Facecam wieder umstellen oder? Ich glaube, ich lasse das mal so. Das ist ein Zusatz Gegner. Hier ist schön, Verfall. Das Verfall, die schweben, diese neuartigen Dinger. Die sind aber genauso schnell tot. Warte mal kurz. Ich freue mich um den Seemann kümmere. Ich freue mich mal um diese Ads quasi kümmern. Oh, jetzt bist du dran. Ja. Natürlich. Versteck dich nur mit einem blöden Wirbel Dings. Rausholen. genau so ist es. Naja, weg. Tja. Meine Rügenwalde ist zuverlässig. Einmal geht's noch, hm? Nochmal Bomben. Ah, nochmal Versteckspielen. Ja. Ich erwischt. Ja. Mist. Das war nicht zu gut. Nahkampf ziehen die schon noch Leben ab. Fügel. Da müsste ich ausweichen, aber zum Glück kriege ich zwei Rosenblätter. Das ist gut. Gut, jetzt können wir wieder Seele verfolgen. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhöhtes Gebet. Natürlich. Erleuchte mir den Weg, leuchtendes Seepferdchen. Schön. Warum gibt es so viele Särger unter Wasser? Ja. Ja, es gibt natürlich Seebestattungen. Nein. Aber die werden dann nicht so auf Stein Podesten erbaut. Ops, was ist denn? Ah, haha, okay, ich verstehe. Wenn ich außerhalb dieses Lichtkegels bin, ja, jetzt bin ich sowieso tot, aber dann zieht man das Leben ab. Das heißt, ich muss innerhalb dieses Lichtkegels vom Seepferdchen bleiben. ansonsten verliere ich massiv Leben. Kennt man ja aus den heutigen Royal, wie nennt man das, dieser Royal, ja, PUBG zum Beispiel, oder Fortnite, wo dann das Gebiet sich immer verkleinert und man massiv Schaden bekommt, wenn man sich nicht mehr im Gebiet befindet. Gefällt der Begriff dieser Spieltyps leider nicht mehr ein. Aber PUBG ist eines davon. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Das ist auch ein bisschen riskant. So, dann in die Ventile. da rüber, ne? Bewegt sich, das ist nicht so gut. Ah, das hat sich nur einmal bewegt, anscheinend. Rutsch, Partie, und wir sind da. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Ja, okay, warum auch immer. Dann haben wir noch eine Gruft. Da sind wieder die Kisten und die sind bestimmt wieder leer. Ach nein, das sind die neuen Kisten, aber da stehen die Kisten von dieser Gruft und die sind sicher leer. Leider. Das war jetzt die große Gruft hier. Wie da der Gegner wohl aussehen wird, es wird wahrscheinlich nicht so einfach werden wie jetzt gerade. Schauen wir mal. Das ist ein Teil wieder dieser Friedhofsmission oder weiß ich nicht was wir dann noch machen müssen damit wir dann endlich zu dieser Vorstellung kommen und was das jetzt genau für ein Teil ist wir mussten Skripte besorgen wir mussten die Musik besorgen muss das Publikum besorgen ist das das Publikum vielleicht das wir gerade besorgen diese Seelen immer befreien und dass die Zuschauer der Vorstellung des Zimmermanns was ist denn das jetzt Egeln ah ok stehe halt also die Egeln sind wie gesagt immer nur nervig gewesen besetzt aber sollte ich da nicht im Nahkampf aufhalten ich lege mal die Bombe dass die mal ein bisschen konzentrierter hergehen kann ich auch mit den ah ja die kommen immer wieder ok so falsches Ziel Bombe fallen lassen diese Ablenkungsmanöver das sind schon gut aber die Egeln kommen leider immer wieder das bringt mir fast nix nein ah das habe ich auch nicht bedacht dass ich dass man hier runterfallen kann aber geht es weiter ich glaube es geht weiter naja komm her zu mir wenn du schon so Nahkampf magst dann spüre meine Klinge so es gibt leider keine Rosenblätter wahrscheinlich wäre ich runtergefallen bin gibt es da keine Belohnung aber hat man glaube ich vorher auch nur ganz wenige gut follow der Seepferdchen da müssen wir warten da müssen wir warten da auch sagen welches blöde IKEA wenn es da irgendwelche Secrets gibt die werden wir wahrscheinlich nicht erwischen so Moment ja das ist nämlich alles unter Zeitdruck was ist da da lege ich eine neue Brombo das ist jetzt aber schnell vorbei hey 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 warum denn so schnell warum hat es denn der zu eilig nein ja das passiert wenn man zu schnell sich bewegt und nicht schaut das ist halt das warum Seepferdchen da jetzt so schnell durchrushen möchte auf einmal alle Zeit der Welt oder nein ja dachte schon so da kann man sich theoretisch heilen wenn Seepferdchen Geduld hat dabei geht es noch wartet Seepferdchen etwa so dann geht es weiter ah das sind wieder diese blöden Plattformen ah nein die bleiben länger ok aber es sind teilweise Plattformen dabei die nicht lange bleiben nicht lange sichtbar bleiben ich hoffe ich bin da richtig jetzt ah ja das ist jetzt uh 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 ja ja jetzt ist Seepferdchen wieder langsamer ne natürlich so ich weiß nicht was das jetzt bringt da muss ich da die Zähne wie geht es denn weiter jetzt überhaupt ah ja ok da war ich zu langsam das geht sich nie aus da hätte ich vorher schauen müssen wo wir hin müssen aber sind wir eh doch da da ist ein Secret da rüber na warte mal das muss man nochmal ich verstehe das gerade nicht mal sein dass wir da sowieso falsch sind und in die andere Richtung müssen ah das sind Plattformen das sind keine Plattformen da drüben sind Plattformen ich muss da rüber ja das ist zu weit weg das ist schon ein bisschen knifflig vor allem weil ich nicht weiß wohin es eigentlich geht Seepferdchen wo ist das Seepferdchen da es kommt ah ja ok da ist ja eine Plattform na ja nein es ist spät und wir haben Zeit ich hoffe dass es da kein Game Over gibt ich weiß nicht ob das überhaupt was bringt diese Plattform 1 warum ist denn da so weit unten das ist die Plattform weg die vorher da war oder das geht es gar nicht aus ja keine Ahnung absolut keine Ahnung da hatte ich vorher so eine schöne Plattform die ist leider weg ich sehe das nicht ich sehe nicht wo ich hinspringen muss weil die Plattform unsichtbar ist das ist ein bisschen blöd vielleicht muss ich links rüber da ist sie wieder warum ist sie jetzt da und vorher nicht nicht da links rüber ich glaube da muss ich rüber das andere ist glaube ich nur ein Secret nein das ist blöd Triebpferdchen 1,2,3 in das Ventil da ist die Truhe schon Schwebel ja Gott sei Dank ich hasse Zeit hat man sie entwaffnet kann man die Kanone kappen sei so gut zu dir wie du zu uns warst holt den Anker ein und dreht bei Männer wir steuern gen hohe und glorreiche See gen hohe und glorreiche See ja jetzt kommen wir zurück zum Zimmermann glaube ich haben wir jetzt alles der wie immer gut ja ich hasse Zeitdruck aber wir haben es geschafft und da können wir jetzt durch Richtung Zimmermann da rechts ist zu okay zuerst war der Zimmermann da angeschrieben da ist ein Schlüsselloch das ist sehr sehr schlecht zu sehen da muss man immer schauen und sich immer klein machen damit man die ganzen Geheimnisse und Secrets findet ein 100% Run ist da sicher mühsam das ist so dunkel kann man sich heilen aber ich bin glaube ich geheilt oder auch nicht da ist eine Truhe da kann man irgendwo hin so 10er das ist wichtig das ist wieder mühsam können wir die Plattformen sich wieder so schnell bewegen weil man sie nicht sehr lange sieht teilweise so wie dieser hier warum die nummeriert sind ist mir auch ein Rätsel und gerade die nummeriert sind so kommen wir da irgendwie drauf naja okay und das wird jetzt lustig das ist alles nur wegen einer Little Erinnerung warum tue ich mir das an naja aber es funktioniert es funktioniert ja das muss jetzt eine epische Erinnerung sein bitte wer eine Seele zerstört zerstört eine ganze Welt darin liegt viel Weisheit Alice ja toll naja da geht es aber dann schon weiter mit einem Secret naja Truhen Truhe in Frieden dann war es das auch schon da Zahn ja das haben wir schon festgestellt war da noch irgendwas was wir vielleicht übersehen haben was ist das was ist das ach so das sind nur die Grabsteine sind wir davon da gekommen ja 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 okay ich verstehe da ja genau das ist wieder Zimmermann und Walross genau Pilz dann können wir auch weiter und der Zimmer wahrscheinlich schon im Theater hoffe ich oder auch nicht wir sind zumindest auf dem Weg dorthin jetzt müssen wir mal rutschen nehmen wir auch noch mit so Hipspredi nicht so schnell okay zu langsam darf es aber auch nicht sein so oh das ist der falsche Weg gewesen glaube ich Mist ich hasse das wenn man runterfliegen kann und irgendwo dagegen stoßen kann wo man stirbt instant so jetzt langsam vorbei da ist die Steuerung auch sehr sehr sensibel das muss schneller gehen da da kann man schweben ruhig da braucht man nicht mehr rutschen bis zu früh so ohje jetzt kommt ein Endgegner wieder ach wie schön ein Verfall mit Rädern was ist das kolossaler Verfall weil die anderen Verfallstypen auch nicht zu kolossal waren bis jetzt na toll war ja klar wie funktionierst du hm ähm ja ich glaube ich muss ausweichen Bombe ah jetzt kann ich ihn treffen ich muss ihn von der richtigen Seite beschießen anscheinend schießt ja auch was vielleicht ah der nimmt mich auf und frisst mich was ist denn jetzt los und tschüss da muss ich weg also Nahkampf ist auch nicht gut bei dem anscheinend ja natürlich alter wenn die auch so zwischendurch mal kommen ist das sicher lustig ich muss weg nein der nimmt mich schon wieder ah nein dachte schon der hat mich schon wieder aufgenommen deswegen bin ich nämlich ausgewichen so wie geht es jetzt weiter ich muss diese ganzen einzelnen Köpfe einfach abschießen ah ja die schießen jetzt die Köpfe jetzt weg da hat sich der eint hä und da raus oder warst du es schon anscheinend warst du es dann schon ja irgendwie hängt jetzt geht es da bin ich hergekommen da sind rum und die Folge ist auch schon wieder zu Ende aber ich möchte jetzt noch wissen wo es dahin geht kolossale verfallene toll das sind jetzt wieder so Gegner die was auch wieder hin und wieder kommen plus andere Gegner oh je das sind tote Fischköpfe das schaut nach Gemetzel aus und das schauen wir sich in der nächsten Folge an wir schauen es uns nicht in der nächsten Folge an weil ich befürchte das mit dem Speichern dann wieder nicht funktioniert deswegen müssen wir jetzt ein bisschen weitermachen hat die Folge ein bisschen Überlänge aber das ist egal längere Folgen sind nichts schlechtes da gibt es wieder tausend was ist denn das ah da kann ich was anschließen oh da gibt es wieder ein Quiz ich glaube nach dem Quiz wird gespeichert dann können wir die Folge beenden aber vorher müssen wir mal da raufkommen das sind wieder so Plattformen die sehr schnell verschwinden schauen was es da gibt ja das hat jetzt was gebraucht ok da gibt es ein Aufzug das wird immer schräger mit diesen perspektivischen Jump'n'Run Sachen mit der Zeit so was ist das Quiz Minigame ich weiß es nicht ich gehe aufs ganze oder Schiffs-U-Boot Segelschiff-U-Boot ich weiß es nicht oh nein nicht ich will doch lieber ein Quiz haben Töte oder werde getötet T-Kannen aha und noch eine T-Kanne ja 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 die T-Kannen haben wir ja schon Erfahrung müssen wir auf eine Konzentriere ok ich muss weg ich muss weg die sind schon also die ziehen auch schon ordentlich ab oh ein Verfall ein bedrohlicher Verfall ich glaube ich muss vorher mal die T-Kanne besiegen ah ja das ist doch nicht das Richtige gewesen aber jetzt ja ja nein ja ja ist schon gut ich muss weg ich muss die Bombe platzieren damit die mal abgelenkt sind dann muss ich nochmal die T-Kanne weil die schießt mit Artillerie bereitet sie schon vor aber die muss mal weg die Artillerie so nein so bedrohlicher Verfall darfst du jetzt darfst du schießen übrigens gut dass nicht der neue Verfall dabei ist so das kennen wir ja schon ach ach schieße ich dir deine blöden Masken da ab einmal ah ja ja Rückenwalder muss abkühlen aber wenigstens Platz zu manövrieren aber nicht zum Ausweichen shit so langsam wird es kritisch der Gegner ist ja nicht unbekannt den kennen wir ja wenigstens solange nicht noch mehr kommen gleichzeitig sollte der eigentlich ein Kinderspiel sein wieso auch eigentlich und noch was T-Kanne schon wieder zwei ach das ist mit meinem kurzen Leben also mit meinem wenigen Leben gerade nicht so gut vereinbar muss ich sagen drei T-Kannen ja natürlich fünf T-Kannen oder was und ein Verfall natürlich das ist mir zu viel also das werde ich wohl nicht überlegen Bombe mal zur Ablenkung bitte ich musste T-Kannen loswerden sonst ich musste mich auch heilen ich glaube ohne Heilung werde ich das nicht überleben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen da ist noch ein Verfall oder? ist das dasselbe? Puh wenn wir die zu nahe kommen ist das leider ein Problem das Problem ist dass ich jetzt auch nichts mehr sehe das hat sich gerade massiv verschlechtert meine Position ja da kommt der Verfall ich brauche eine Bombe ich muss weg ich muss da weg überhaupt vom Ziel so das wäre eine angenehme Position da kann ich nämlich den Angriffen so halbwegs ausweichen glaube ich aber was hat das Problem dass die sehr schnell sehr nahe kommen können wenn man sehr sehr schnell den Überblick verliert dass sich bald eine von diesen blöden T-Kannen down geht das ist mühsam soll ich mich doch vorher an den Verfall kümmern? ich weiß es nicht alle schießen auf mich ja und da werde ich auch noch getroffen ja dann müssen wir es mit Rage lösen ob das funktioniert weiß ich allerdings nicht ich fürchte eher nein 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 das haben wir nicht überlebt das war ein langer mühsamer Kampf aber leider haben wir es nicht überlebt ja ich möchte natürlich fortfahren muss ich jetzt das wieder machen oder darf ich jetzt ins Level zurück das ist schon mühsam ich darf ins Level zurück ich hoffe es ist gespeichert weil ich beende jetzt diese Folge und wir sehen uns dann wirklich jetzt in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal das wäre die letzte Rose gewesen die haben wir leider nicht geschafft weil zu viele Gegner hohen um uns gescharrt waren ja wenn ihr meine anderen Let's Plays sehen wollt ich empfehle ein Runaway Road Adventure das parallel läuft wenn ihr mich unterstützen wollt dann abonniert mich gerne indem ihr auf das Profilbild oben links klickt dann habt ihr meine Videos in der Abo Box bis zur nächsten Folge 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 bis zur nächsten Folge